Hallo liebe Zockies, ich habe noch genug Spielzeit auf den Geräten und machen wir hier mal Winter Games im Sommer. Und zwar den Snow Wolf. Schön nochmal hier Geld weg, raus, Schluss, wirklich sein gegen die Princess, äh Queen of Snow, entschuldigung. Ist auch ein ganz witziges Spiel eigentlich. Machen wir aber nicht einen Euro hier, 80 Cent, das passt. Und hoffen wir auf schöne Bilder, ab geht's wie immer Leute. Und drüben spiele ich irgendein Fatsch hier noch. Was habe ich denn da hier? Amazing, Burny Heat. Und drüben Jackpot jagt und dann ist Stoney. Stoney, Stoney, Stoney. So Leute, es läuft, und läuft, und läuft. Klack, 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 klack. Jetzt sind neue, wo es jetzt noch das Auge gepumpt. Ah, die Blödste. Nein. Ich habe drei Einzelsymbole umgewandelt, Leute. Drei Einzelstarstarten, also umgewandelt. Dino Snow ist doch, glaube ich, schon ein Spiel, wo er immer Verlängerungen auch gibt, wenn er ein bestimmtes Symbol gibt, gell? Ich kann mich da richtig erinnern, ey. Dino do, wie es jetzt wird, dass die Blödste. Wir haben die Blödste. Dino, weil wir die Blödste. Dino, weil es ja fast sie auch lonelinessen gibt. Dino, weil es nicht so sehr, sehr vergnetrossen, weil es nicht so ist. Da ist dasはいos Tausend aufmerksam zu haben. Dino, wie oben das Wohl! Das ist sicher, das ist kein Toten. Dino, wohnen. Und da ist das ... Dino, wo es dir? Dino. Oh, habe ich da Free Games gesehen? Was sehen meine roten zirkelten Augen? Free Games! Sehr nice! 15 Dreispiele, was passiert? Und wenn ihr in den Dreispielen wisst, ihr wisst, was kenne ich denn hier? Ah, hinten ist ein kleiner 64er hergegangen. Kleiner 64er. Den braucht man ab und zu. Ein 64er. Ja. 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 Verlängerung oder was? Verlückt! Ja, ist doch schon mal wieder geil. Ja. 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 127 mit 30 auf 80 ist jetzt schon fair, oder? Durchschnittsfähr, also 40, das wären dann bei 15 wären es jetzt 65 Euro auf 80, naja, ja doch, ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Weiß ist ja nicht, ob ich glaub's. Jetzt machen wir halt nicht, was da kommt. Ja, ich bin noch so, lässt mich ein bisschen hängen, aber mach nicht. Hier ist auch noch ein bisschen Snowball fertig. Die Queen lassen noch einen Grundstock drauf, jetzt einen kleinen bei 60 oder bei 50, das reicht noch. Wie man noch bis 50 runter. Da ist ja gleich hier am Ende mein getesteter Multi, da muss ich jetzt ausmitteln. Jetzt gibt man wohl, komm, zum Abschluss. Da kann ich den stoppen, da schauen wir uns die Fringames anschauen. Und Straum, aber auch nochmal ein Viererbild. Na, der kämpft weiter, ich will mir 50er anhalten. Der mag mich nicht. Der mag mich nicht. Der mag mich nicht. Ja Leute, Queen of Snow werde ich sicher nochmal spielen, weil mir die Freispiele total gut macht, wie immer Abo liken, wenn ihr meine Videos gut sind, lebt die Kommentare, Freundlichkeit zählt, gibt bei mir immer eine Antwort, noch geht's und ja, freue mich wenn ihr es anschaut. Wir gehen jetzt noch mal wieder gesehen, dann gewinnen wir halt so schlecht nicht, oder? Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Gaminador.